Regenerative Energien sowie nachhaltiges Bauen und Sanieren, das sind am kommenden Wochenende wieder die bestimmenden Themen in der Balinger Volksbankmesse. Denn dort können sich die Besucher bei der mittlerweile 15. Messe Neckaralp Regenerativ wieder beraten lassen und sich beim persönlichen Gespräch mit den rund 70 Ausstellern über die Neuheiten informieren. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 18 und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.